So, mein Lieblingsgift war da, als wir schon verabschieden, aber jetzt habe ich die Frage, wie ich uns jetzt noch ausgeteilt habe. Lukas, was hast du da gefeiert? Daumen nach oben, wenn du dich gefeiert hast, back daumen nach unten. Und abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Ich habe immer 5 Euro. Hör auf Simon. Ich glaube, ich meine Kamera muss da sein. Hör auf Simon. Ah, ich muss das Lärmchen jeden Tag. Und abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Einen Daumen nach oben geben. Und natürlich die Glocke anzuschalten, das Glocke aktiviert. Sonst könnt ihr keine Videos mehr verpassen. Und dem ja, so, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und einen schönen Abend. Und eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht...